Hier sind wir im Steigenberger Hotel Hamburg. Jetzt zeige ich euch ein Standardzimmer. Superschön groß. Große Betten. Weitem Fenster. Sekretär. Free-Wile-Islam. Zimmerservice kann man bestellen. Einfach traumhaft schön. Hier ist der Ausblick. Hier ist der Friskunde gezogen. Und Matthias, wie gefällt dir das Hotel? Mir gefällt das Hotel unheimlich gut. Es ist schön zentral, es ist sauber, es ist modern eingerichtet und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es einfach nur super. Padewanne, Dusche kann man schön nutzen. Einfach traumhaft schön. Hallo, ich bin der Hubert. Ich zeige euch die Videos. Wenn euch das Video gefällt und ihr mehr sehen wollt vom Hotel, unten auf Gefällt mir drücken. Ich mache sehr viele Reisevideos, einmal rund um die Welt. Mit mir könnt ihr euch alles betrachten. Würde mich über ein Gefällt mir freuen. Bis dann. Ciao. Hier haben wir es am Madison Hotel. Hier gibt es dann verschiedene Bars und wir sind fast direkt an der Landungsbrücke. Das ist ein Maryland-Restaurant. Super, schön gelegen. Nicht weit zu den Landungsbrücken. Schön mit Balkon auch in der Stadtmitte. Die Galerie. Und hier vor ist mir dann direkt gleich an den Landungsbrücken. Ja, das Wunder von Bern. Und direkt wegen von Quinnig der Lippen. Und direkt wegen der Lippen-Restaurant. Entdeckungsbrücken. Und direkt wegen der Lippen-Restaurant. In Hamburg. Vielen Dank. 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 So, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. , 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 ,, ,, , ,, 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 ,